10. Einsatzbericht 10. Einsatzbericht 10. Einsatzbericht Der Blick von dem Pfaffen war hervorragend. Mal davon abgesehen, dass wir uns alle einen virtuellen Facebaum verpasst haben, denn das sollte der Priester zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht erfahren. Irgendwann nähe ich Fuchs nochmal den Mund zu. Naja, es brachte zumindest ein bisschen Info in die Welt. So erhielten wir eine Comlink-Adresse von Teddy, sodass wir den Burschen nochmal kontaktieren können. Gleichsam befahl Fuchs dann Bernhard Treschberg, dass dieser darüber Stillschweigen zu fahren habe. Ob das klappen würde? Na, wer weiß das schon. Als wir vom Priester dann wieder Richtung Dorfplatz gingen, überredete ich Fuchs einmal mit seinen Kollegen im Kriminalamt Kontakt zu halten, denn was auch immer da passiert war, er musste seinen Status verifizieren. Er rief zuerst einen Kollegen an den Wischniewski, der ihm erklärte, dass die Dörmke tot sei und dass keiner wisse, was mit ihr genau passiert sei und was mit ihm passiert sei. Ebenso erklärte er, dass die Abteilung jetzt einen neuen Direktor habe, der als Korinthenscheißer verschrien sei. Ein gewisser Ehrmann. Ich routete dann auch eine Verbindung zu Ehrmann. Und wer ging an den Apparat? Natürlich. Lutz Ratner. Dieses wieselhafte Wesen widerwärtiger Windigkeit. Nein, ich mag Lutz nicht. In jedem Fall stellte Lutz den Fuchs weiter zu Ehrmann und dieser konfrontierte Fuchs direkt mit, wissen Sie, was am Fuß der Statue ist? Mögen mich doch die sieben Scheusaler aus den Schleimgruben von Kassadzul fressen. Warum ist jetzt auch noch der direkte Vorgesetzte von Fuchs Teil dieser Verschwörungsorganisation? Okay, wir kannten mit Sockel die richtige Antwort auf diese Frage, woraufhin Ehrmann sich kooperativ verhielt. In jedem Fall lieferte Fuchs einen vernünftigen Bericht ab, woraufhin er wieder als Polizist eingesetzt wurde und seine Rechte wiederhergestellt wurden. Ich weiß noch nicht, wie ich den Joghurtmann genau einschätzen soll. Aber hey, wenn er sich wirklich so erweist, wie er sich gegeben hat, wäre das toll. Dennoch, er wusste von den Gedankenkontrollimplantaten und den Kontrollstrahlen und das macht ihn per se nicht vertrauenswürdiger. Dann wies Hammer auf den Waldrand. Da stand ein hutzeliger Alter, der uns beobachtete. Wir gingen auf den Kerl zu, der sich nur als Sepp vorstellte. Hatte etwas von einem Waldschratertyp. Lehnte Technologie ab, wirkte denkbar anachronistisch und hatte einen innewohnenden Hass auf Orks und Elfen. Na, wenigstens hat er nichts gegen Zwerge und Trolle. Hatte ich erwähnt, dass ich das gesamte Konzept des metamenschlichen Rassismus mehr als nur ablehne? Wir sind alles Metamenschen. Von uns ist keiner besser oder weniger gut als der andere. Naja, in jedem Fall wollte der Sepp uns warnen. Scheinbar würde bei dem Hubertusfest eine Art Hatz auf Orks und Elfen in dem Dorf abgehalten. Da ist das wohl das sei, was man als guter Bayer so tue. Er sprach auch von der Geschichte des Watzmännleins und der guten Tradition des Kirchenputzens. Diese Bayern sind komisch. Weiterhin erwähnte er noch etwas von einer Gruppe aus Elfen und Orks, die im nahegelegenen Wald kampierten. Wenn die Geschichten dieser Hetzjagd stimmt, wäre das ja eher suboptimal. Ich ließ Hugin aufsteigen und besorgte uns Luftbilder. Da war tatsächlich ein Zeltlager. Und die trugen Uniformen der katholischen Arbeiterjugend Duisburg-Rheinhausen. Das ist krude. Was wird denn da beim Hubertusfest passieren, bitte? Jagen die Ureinwohner dann die Leute aus der Stadt und machen sich aus ihren Häuten Lampenschirme? Verdammt. Wir wollten uns näher besprechen und gingen zurück, der ins Ohrzapft ist. Da drinnen waren für den Abend die ganzen Honorationen des Dorfes versammelt. Der Bürgermeister, der Priester, der Panzerxaver und noch einige weitere Großgrundbesitzer waren dort und betranken sich in stiller Vorfreude auf die kommenden Festtage. Wir nutzten die Gelegenheit, den Priester noch einmal anzusprechen und auf einmal behauptete er, dass er erst seit einem halben Jahr hier sei. Er habe auch diese Arbeiterjugend eingeladen. Na, das kann ja was werden. Solponsch hatte dann noch eine Idee, die ihm wahrscheinlich auf die Füße fallen wird. Er fragte den Bürgermeister, ob er dann bei der Hubertusjagd teilnehmen dürfe und wurde freulichst in deren Reigen aufgenommen. Ob das so eine schlaue Idee war, als Ork würde sich noch zeigen. Ich glaube so langsam, die Alpen. haben Augen.